Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Werner Idelsinger und ich bin der Präsident der Digital Society. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema digitale Transformation? Digitale Transformation ist die Veränderung unserer Gesellschaft, die in digitalen Technologien begründet ist. Es gibt ein Zitat von George F. Westermann, der Principal Research Scientist bei MIT ist, der sagt, When it comes to digital transformation, digital is not the answer, transformation is. Also es geht hier um den Veränderungsprozess, den wir gerade durchlaufen, sowohl als Unternehmen als auch die gesamte Gesellschaft, von der wir als Privatpersonen ebenso betroffen sind. Welche Veränderung? Wir sehen gerade jetzt auch in der Corona-Krise, wie sehr sich die Dinge verändern. Wir arbeiten von zu Hause, wir sind den ganzen Tag lang in Videokonferenzen, wir kaufen online, aber die ganzen Dinge haben schon vorher begonnen. Sehen wir uns einmal den Bankenbereich an. Die Deutsche Bank hatte einmal 60.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2005 waren sie auf dem Tiefstand bei rund 26.000 Mitarbeitern. Banken sind notwendig. Bankfilialen wurden aber im Grunde genommen durch Telebanking größtenteils abgelöst. Es gibt viel weniger Bankfilialen, als wir das gewohnt sind und in vielen Fällen müssen wir einfach nicht auf die Bank gehen, wenn wir unsere Geldgeschäfte durchführen wollen. Es gibt ausgezeichnete Bankapplikationen, Börsenhandel, alles Mögliche wird digital unterstützt und ist eigentlich digital auch einfacher, als wenn wir zur Bankfiliale gehen müssen, und uns dort anstellen und unsere Geldgeschäfte beim Kassier dann abwickeln. Das gleiche gilt auch für das Thema Transport. Taxiunternehmen beklagen sich ganz, ganz intensiv über den Themenbereich Uber. Und ja, es gibt dort sicherlich Probleme, weil Uber manche Spielregeln nicht eingehalten hat. Aber im Großen und Ganzen unterscheidet sich Uber von den Taxiunternehmen dadurch, dass sie für den Kunden ein dramatisch besseres Service bieten. Ich kann bei Uber, wenn ich in einem beliebigen Land der Welt bin, auf die Straße rausgehen, mir einen Wagen rufen. Ich weiß, in wie vielen Minuten der Wagen bei mir sein wird. Ich weiß, wie viel mich die Fahrt kosten wird. Und ich kann die Uber-Fahrer bewerten, wenn sie unfreundlich sind, wenn irgendwas mit dem Wagen nicht gepasst hat und so weiter. Das heißt, das Kundenerlebnis ist bei Uber dramatisch besser, als es beim klassischen Taxiunternehmen war. Und ich kann Uber natürlich über Gesetze versuchen zu bekämpfen, aber im Grunde genommen wäre das Wichtige, die Kundenerfahrung zu verbessern und damit die Kunden daran an mich zu binden. Der Preis ist oft nicht das ausschlaggebende Merkmal. Das gilt auch fürs Shopping. Wir haben hier auch Grafiken, dass beispielsweise Amazon im Jahre 2018 um ungefähr doppelt so groß war wie der nächstgrößere Online-Händler Salando. Die Online-Shops sind deswegen so beliebt, weil ich im Grunde genommen kaum Probleme dabei habe, sie zu nutzen. Ich habe beispielsweise selbst schon öfter Probleme mit Lieferungen von Amazon gehabt, aber die Probleme wurden sofort aus dem Weg geräumt. Also man kontaktiert Amazon, man kann die Produkte kostenlos zurücksenden, es werden keine Fragen gestellt, die Lieferungen funktionieren ausgezeichnet. Wenn irgendwo etwas nicht klappt, dann löst Amazon das Problem umgehend. Also das Kundenerlebnis ist auch hier der Faktor und die Menschen entscheiden sich einfach dann dafür zu sagen, ich mag keine Probleme haben, ich bestelle dort, weil es erstens einfach und zweitens einmal, wenn ich ein Problem habe, wird das aus dem Weg geräumt. Ein Beispiel, das überhaupt nicht mit Digitalisierung in Zusammenhang gebracht wird, sehen wir hier auf der Folie rechts unten. Hier sehen wir Drohnen, die im Grunde genommen dabei helfen, ein Feld zu bewirtschaften. Der Agrarbereich ist einer der Bereiche, wo die Digitalisierung mittlerweile sehr, sehr stark Einzug genommen hat und Digitalisierung ist im Agrarbereich kaum mehr wegzudenken. Die Traktoren werden über GPS gesteuert, es werden Bodenaufnahmen gemacht, es wird bewertet, was in den Feldern zu tun ist. Also die Bauern sind hier in großen Bereichen so digitalisiert wie viele andere Branchen bisher noch nicht. Also es geht genau um diese Veränderungen in unserem Leben, in den Unternehmen und in der Gesellschaft, für die wir uns hier einsetzen. Und wir sehen, dass die digitale Transformation eben eine riesige Veränderung ist, die ungefähr gleichzusetzen ist mit der ersten industriellen Revolution, wo die Menschen von den Feldern in die Fabriken gegangen sind, um ihre Arbeit zu vollführen und sich der Wandel hin zu einer Industriegesellschaft vollzogen hat. Und genau der gleiche Wandel vollzieht sich gerade hier auch. Digitale Transformation. Der alte Fokus war im Bereich der Digitalisierung. Und wir hören Digitalisierung jeden Tag in den Medien und jeder spricht davon, dass wir digitalisieren müssen. Wir digitalisieren seit den 60er Jahren. Es geht bei der Digitalisierung darum, analoge Daten und Informationen in digitale überzuführen, in Nullen und Einsen, die der Computer versteht. Dieser Prozess ist noch immer im Gange, aber schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Es geht also nicht um Digitalisierung. Digitalisierung ist vor allem Prozessoptimierung. Bei der Digitalisierung haben wir Technologie eingesetzt, um die Rentabilität vom Business zu erhöhen. Der neue Fokus ist auf uns Menschen. Die digitale Transformation betrifft uns als Menschen, und zwar als Menschen, als Mitarbeitende in Unternehmen, als Menschen, auch als Kunden und Kundinnen, und als Menschen auch im Bereich der Bürger und des Interfaces mit dem Staat. Es geht beim neuen Fokus vor allem um die Schnittstelle zwischen Mensch und dem Business. Da geht es vor allem um die emotionale Bindung an ein Unternehmen. Darum, dass man gute Erfahrungen sammelt mit dem Unternehmen, dass man sich wertgeschätzt fühlt, dass man sich abgeholt fühlt und dass man deswegen gerne bei einem Unternehmen kauft und dieses Unternehmen auch weiterempfiehlt. Der zweite Bereich ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie. Es geht nicht darum, möglichst flotte Prozesse zu etablieren und uns Menschen hier obsolet zu machen, weil die Automatisierung ist schon in vielen Bereichen sehr weit fortgeschritten. Es geht darum, wie Technologie uns Menschen bestmöglich auch unterstützen kann, neue Funktionen einführen kann. Auch wiederum sowohl als Kundinnen und Kunden, indem ich neue Funktionen von Unternehmen zur Verfügung gestellt bekomme, die mir persönlich das Leben erleichtern, die es bequemer machen für mich, Kunde von diesem Unternehmen zu werden. Und auf der anderen Seite aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es neue Funktionen, die neue Arbeitsweisen ermöglichen, die uns ermöglichen, auch im Urlaub, am Strand im Grunde genommen bestimmte Funktionen weiterhin zur Verfügung zu haben, wenn ich das will, aber auch im Homeoffice zu arbeiten, wie wir das derzeit gerade tun. Das heißt, hier ist es so, dass auch für uns Menschen sehr, sehr viele Veränderungen passieren, dass das Privatleben mit dem Firmenleben verschwimmt, dass die Menschen und die Mitarbeitenden sich aussuchen können, bei welchem Unternehmen sie arbeiten und auch hier die emotionale Bindung zum Unternehmen entscheidend ist, ob ein Mitarbeiter sich entscheidet, bei einem Unternehmen zu bleiben oder ob er es verlässt, um bei einem anderen sein Glück zu suchen. Das Ganze sitzt auf einem Fundament, auf einem Sockel, der wichtig ist, weil wenn es diesen Sockel nicht gibt, wenn es dieses Fundament nicht gibt, funktioniert alles, was darauf gebaut wird, nicht. Beispiel die Regulatorik. Die Regulatorik schafft Regeln, wie wir mit Technologien umgehen dürfen, wie wir sie einsetzen können und was dabei zu beachten ist. Hier geht es vor allem auch um ethische Aspekte des Einsatzes von Technologien. Der zweite Bereich ist der Bereich der Sicherheit. Es gibt keinen Bereich in der Kriminalität in Österreich, der derzeit im Steigen ist, außer einem, nämlich der Cyberkriminalität. Die Cyberkriminalität heißt, dass findige Köpfe versuchen, Unternehmen zu erpressen, die Daten und Informationen von Unternehmen zu stehlen, Industrie-Spionage zu betreiben, Kundendaten zu stehlen und so weiter und so fort. Wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist, dann funktionieren digitale Geschäftsmodelle nicht. Das Ganze hat einen riesen Einfluss auf die Reputation. Die Reputation heißt, wie sicher und wie gut aufgehoben, wie ethisch behandelt ein Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie sicher sind meine Daten und Informationen bei dem Unternehmen, kümmert sich das Unternehmen hier um mich. Wenn die Reputation geschädigt ist, dann dauert es sehr, sehr lange, diese wieder aufzubauen. Ein gutes Beispiel, wo sich jemand nicht an regulatorische Vorgaben gehalten hat, ist der VW-Konzern, der ja mit diesem Thema sehr, sehr stark unter Druck geraten ist und daran stark leidet. Damit sieht man, wie wichtig dieser Sockel ist, damit dieser nicht beschädigt wird. Wenn der Sockel beschädigt wird, dann ist alles, was darauf aufbaut, im Grunde genommen wertlos. Wir haben in der Digital Society ein Modell entworfen, über welche Themenbereiche man sich Gedanken machen sollte, wenn man die digitale Transformation ernst nimmt. Im Bereich der Unternehmen ist das die Führung des Unternehmens. Hier braucht es Klarheit und eine Strategie, wie der Weg in die Zukunft aussehen soll. Und das Führungsteam muss ja mit an Bord sein und mit gutem Beispiel vorangehen, um zu zeigen, dass man es hier auch wirklich ernst meint und diese Veränderungen wirklich gewünscht sind. Der Auslöser für die Veränderungen sind im Normalfall die Kunden. Die Erwartungshaltungen der Kunden verändern sich. Dienstleistungen, die gestern vielleicht noch ganz ausgezeichnet waren, werden heute vielleicht als veraltet angesehen und die Kunden finden neue Anbieter, die das Bedürfnis für den Kunden besser und bequemer stillen. Es geht also darum, innovativ zu sein, Mehrwert für den Kunden zu schaffen, Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln oder neue zu schaffen und hier die Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Um diese Veränderungen durchzuführen, muss ein Unternehmen beweglich sein. Beweglichkeit heißt, dass man rasch auf Veränderungen reagieren kann. Diese Veränderungen bedürfen vor allem Daten, Informationen, die dann zu Wissen gemacht werden, um zu wissen, was die Kunden eigentlich wollen, um Unternehmen danach auszurichten und zu steuern. Dazu bedarf es natürlich digitaler Technologien, weil die Datenmengen natürlich auch schon riesig groß werden und das nur noch von Computern gehandhabt werden kann. Technologien können uns aber hier auch verhindern, digital agil zu sein, denn es gibt viele Unternehmen, die im Grunde genommen in IT gegossene Prozesse haben, bestimmte Dogmen haben, was IT-Systeme betrifft und die sich ganz, ganz schwer verändern lassen. Das heißt, IT kann uns hier helfen, sie kann aber auch Verhinderer in der Veränderung sein. Der letzte Punkt ist die Unternehmenskultur. Hier geht es last but not least darum, die Mitarbeitenden mit ins Boot zu bekommen, Begeisterung zu schaffen, einen Sinn in der Arbeit zu schaffen, zu zeigen, welchen Unterschied ein Unternehmen auf diesem Planeten machen möchte, was der Sinn und Zweck des Unternehmens ist, die Mitarbeiter dann dahinter zu bekommen, zu begeistern davon, dazu bewegen, dass sie auch selbstständig gerne für dieses Unternehmen arbeiten und in die richtige Richtung laufen und das Management in der Kultur dahin zu bringen, diese Freiheiten auch zu geben, die Leitplanken zu setzen, die hier nicht verlassen werden sollen, aber sonst darauf zu vertrauen, dass die Mitarbeitenden und Mitarbeiter ihr Bestes geben, um gemeinsam die Vision des Unternehmens zu erreichen. In der Mitte steht nun die digitale Transformation. Digitale Tools können uns in allen vier Quadranten helfen, die Dinge besser und einfacher zu machen. Sie sind aber nur Werkzeuge dazu, um unsere Strategien umzusetzen, um unsere Mitarbeitenden zu befähigen, um unseren Kunden bessere Leistungen zu bieten und auch um die Agilität des Unternehmens zu erhöhen. Wir gehen also nie von den digitalen Technologien aus, sondern sie sind immer erst das Mittel zum Zweck, das am Schluss uns hoffentlich eine Lösung für unsere Herausforderungen bieten kann, mit denen wir unsere Ziele erreichen. Woran glauben wir als Digital Society? Wir glauben daran, dass diese digitale Transformation passiert. Wir können sie wollen oder wir können sie nicht wollen, aber wir können sie nicht aufhalten. Sie bringt uns die größten Veränderungen für die Gesellschaft seit der industriellen Revolution. Auf diese sollten wir uns vorbereiten, wir sollten diese Veränderungen gestalten. Wenn wir sie nicht gestalten, dann werden sie für uns gestaltet. Die Grundwerte unserer Gesellschaft dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass Pressefreiheit etwas ist, das nicht gottgegeben ist. Auch unsere Demokratie ist immer während Angriffen ausgesetzt. Unsere Grundrechte, wir müssen darauf schauen, dass diese freie Gesellschaft weiterhin bewahrt bleibt. Wir brauchen aber auch Sicherheit. Sicherheit vor Bedrohungen aus dem Netz, Sicherheit vor neuen Technologien, die uns vor neue Herausforderungen stellen. Und wir müssen sehen, dass auch das Thema Sicherheit gegen die anderen Themen abgewogen wird und wir hier auch eine sichere Gesellschaft schaffen. Es geht uns um Gleichheit, Chancengleichheit und Gleichheit vor dem Gesetz. Chancengleichheit auch für Unternehmen, dass nicht die Großen einfach vorgeben, wie es geht, sich nicht an Gesetze halten und die Kleinen, die das tun, dann unter die Räder kommen. Gleichheit auch in der Steuergesetzgebung. Wir haben gehört, jeder Würstelstand in Wien zahlt mehr Steuer als so manches großes Unternehmen. Auch hier muss es Gleichheit geben und die ein ebenes Spielfeld geben, wo man nicht das Gefühl hat, dass man ständig bergauf spielt. Das Ganze mündet in dem Thema Gerechtigkeit. Keine unterschiedliche Behandlung, keine Unterschiede, ob ich jetzt groß oder klein bin oder in welchem Land ich mein Geschäft mache. Das bedeutet auch Verantwortung. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und glauben auch, dass die anderen sich ihrer Verantwortung bewusst sind für sich selbst, für den Einzelnen, für andere, aber auch für die ganze Gesellschaft. Und genau auch das müssen wir hier fördern. Die Unabhängigkeit ist auch ein wesentliches Gut der Digital Society. Wir wollen nicht käuflich sein. Daher ist es uns wichtig, dass unsere Meinung, unser Tun durch unsere Mitglieder bestimmt wird. Wir finanzieren uns daher über Mitgliedsbeiträge und lassen uns hier nicht durch große finanzielle Zuwendungen kaufen. Unsere Mission ist daher, Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, die digitale Transformation positiv zu gestalten und zu nutzen. Wie wollen wir das tun? Wir helfen Menschen, die digitale Betroffenheit besser zu bestehen. Das heißt, zu verstehen, wo die digitale Transformation unser Leben verändert. Wir betrachten die Herausforderungen ganzheitlich und nicht das IT-Problem. Wir fördern den Aufbau von Kompetenzen im Unternehmen. Wir fördern den Austausch von Best Practices und das Erkennen von Problemfeldern. Und wir agieren im Sinne unserer Mitglieder unabhängig von Politik und Hersteller. Wir vernetzen die besten Experten auf ihren Fachgebieten und erarbeiten gemeinsam Lösungen für unsere Mitglieder im Sinne der Gesellschaft. Wir setzen uns daher für optimale Rahmenbedingungen ein, um die digitale Transformation bestmöglich für uns alle nutzen zu können. Was bieten wir denn unseren Mitgliedern nun an? Es gibt für Unternehmen eine kostenlose Standardbestimmung, den sogenannten Digi-Check. Er besteht aus 32 Fragen und kann in circa 20 Minuten ausgefüllt werden. Wir empfehlen diesen Digi-Check den Führungskräften im Unternehmen auszufüllen. Sie bekommen dann eine kostenlose Auswertung in Form dieses Booklets, das Sie hier auf der rechten Seite sehen. Das zeigt, wie Sie sich selbst einschätzen und wo Sie gut oder weniger gut aufgestellt sind. Die Darstellung erfolgt in Form eines Unternehmensradars, das Sie hier auch auf der rechten Seite oberhalb des Booklets sehen. Wenn auf diesem Radar ein Punkt weiter außen liegt, schätzen Sie sich selbst in diesem Bereich sehr gut ein. Wenn er weiter innen liegt, dann schätzen Sie sich weniger gut ein und hier könnte es Handlungsbedarf geben. Aus den Daten des Digi-Checks erstellen wir regelmäßig den Digi-Barometer. Der Barometer zeigt an, wie die Summe aller Unternehmen, die den Digi-Check ausgefüllt hat, aufgestellt sind und wo hier die Mehrheit der Unternehmen gut oder weniger gut aufgestellt sind. Gemeinsam mit dem Digi-Check können Sie mit dem Barometer abschätzen, wo Sie als Unternehmen besser aufgestellt sind als andere Unternehmen bzw. wo Sie vielleicht größeren Aufholbedarf haben als die anderen Unternehmen. Beide sind kostenlos auf unserer Homepage zu finden und wir raten dazu, sich diese 32 Fragen einmal durchzusehen und zu beantworten, um damit eine Standardbestimmung für das eigene Unternehmen zu erhalten. Bei unseren Veranstaltungen unterscheiden wir zwischen den Digi-Talks und den Digi-Circles. Die Digi-Talks sind eine offene Veranstaltung für alle unsere Mitglieder, die alle digital interessiert sind und wir beschäftigen uns mit der Veränderung der Technologie, die auf unsere Gesellschaft einwirkt. Das heißt, wie verändert Technologie unsere Gesellschaft? Es sind monatliche Veranstaltungen ausgenommen in den Sommermonaten und im Dezember und es ist eine Dreier-Serie mit Vorträgen, Diskussionen mit Expertinnen und Experten und einer Diskussion mit der Politik zu jeweils einem Thema. Die Digi-Circles sind zielgruppenspezifische Veranstaltungsserien, die für die Geschäftsführung bzw. das Personalmanagement zugänglich sind. Hier treffen sich ausschließlich im Digi-Circle Leadership die Geschäftsführungsmitglieder und diskutieren hier offene Herausforderungen, Best Practices, die die Geschäftsführung betrifft. Und der Digi-Circle Culture betrifft das Personalmanagement und hier beschäftigen wir uns um Themenbereiche der digitalen Unternehmenskultur, Herausforderungen und Lösungsansätze für Personalmanager. Die Veranstaltungen finden monatlich statt und einmal im Quartal als Frühstücksveranstaltung. Wir fördern hier die Vernetzung unter den Teilnehmenden. Es geht um den Austausch von Best Practice, Sammlung von Problemfeldern. Es gibt dazu immer Impulsvorträge, danach eine Diskussion mit allen Teilnehmenden zu dem Thema. Es ist keine Verkaufsveranstaltung, Beratungsunternehmen und IT-Hersteller können an diesen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Als Think Tank erarbeiten wir in Teams Lösungen zu Herausforderungen und dokumentieren Best Practices, die wir dann in unseren Digi-Papers publizieren. Die Digi-Papers sind zu Themenbereichen publiziert und wir stellen sie unseren Mitgliedern zur Verfügung, um Veränderungen an den Rahmenbedingungen auch zu fordern und diese dann an die Politik weiterzuleiten. Als Interessensvertretung setzen wir uns für die Interessen unserer Mitglieder ein und arbeiten damit auch an unterschiedlichsten Themen und Schnittstellen. Unter anderem durfte ich auch schon in einem Projekt im Bundesrat mitarbeiten, bei dem es um die digitale Zukunft ging. Und wir positionieren uns hier eben auch mit den Interessen unserer Mitarbeiter in der Politik. Wie können Sie dabei sein? Es gibt Mitgliedschaften für Privatpersonen. In diesen sind unter anderem unsere Digi-Talks enthalten. Der Mitgliedsbeitrag kostet 100 Euro pro Jahr, ermäßigt für Studentinnen, Studenten, Pensionistinnen, Hausfrauen 50 Euro pro Jahr. Und damit erhält man die Leistungen eben für digital interessierte Mitglieder im privaten Bereich. Persönliche Mitgliedschaften für Mitarbeitende im Unternehmen richten sich an eine Person im Unternehmen, sind also an diese eine Person gebunden. Zusätzlich zu diesen Angeboten, also diese Angebote sind zusätzlich zu den Angeboten für die Privatpersonen. Das heißt, diese persönlichen Mitgliedschaften für Mitarbeiter in den Unternehmen enthalten auch die Leistungen für die Privatpersonen. Zusätzlich auch unter anderem die Digi-Circles, also die monatlichen zielgruppenspezifischen Veranstaltungen. Die Kosten dafür sind 192 Euro für zwölf Monate. Wenn Sie bis 31.03. sich entschließen, dabei zu sein, dann gibt es derzeit coronabedingt eine Ermäßigung um 99 Euro für die ersten zwölf Monate. Es gibt dann auch Firmenmitgliedschaften, die für alle Mitarbeitenden in diesem Unternehmen gelten, unabhängig sozusagen in welchem Bereich sie unterwegs sind. Die sind von den Kosten her gestaffelt nach Unternehmensgröße. Da dabei ist auch eine Standardanalyse, wo das Unternehmen in der digitalen Transformation steht mit einem Workshop. Und diese Mehrwerte gibt es für Firmenmitglieder je nach Größe gestaffelt. Damit bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Interesse haben, Sie finden mehr Informationen auf unserer Homepage. Ich stehe natürlich aber auch gerne persönlich für Fragen zur Verfügung. Senden Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns über eine Diskussion mit Ihnen. Herzlichen Dank.